Es geht der AfD nicht um das, was wirklich ist. Es geht wie immer nur um eins. Es geht darum, Angst zu schüren, Weltuntergangsszenarien zu entwerfen und zu spalten. Es geht der AfD darum, die eigene Kleinklariertheit unserem Land und seiner Bevölkerung überzustülpen. Was die AfD hier vorlegt, ist nicht neu. Es ist auch nicht provokant. Es ist rückwärtsgewandt und kulturell einfältig. Es ist eine Wagenburg, die die Weiterentwicklung unserer Sprache stärker bedroht, als es jede Veränderung tun könnte. Warum sagen Sie aber eigentlich nicht, was Sie wirklich wollen? Sie wollen in Wahrheit eine deutsche Leitkultur ins Grundgesetz schreiben. Aber ich kann Ihnen sagen, warum Sie das nicht tun. Weil Sie gar nicht wissen, was diese deutsche Kultur ausmacht. Herr Kollege Brandner, ich weiß, bei Ihnen weiß man nie, ob Sie...